Musik Damit wir Christen, die frohe Botschaft von Jesus, unseren ganz eigenen und individuellen Alltag können, verkünden, dazu brauchen wir ein gutes Fundament. Eine Gemeinschaft, wo wir je unsere eigenen Talente einsetzen können, wo wir mithelfen und mitschaffen können, wo wir uns gegenseitig bestärken im Glauben und wo wir Jesus Christus, wo wir Gott, wo wir dem Heiligen Geist immer wieder neu begegnen und von ihm lernen dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017